Ragequids in Videospielen ist ja nichts Neues. Man regt sich immer mal über ein Videospiel auf und es gibt diverse Spiele, wo man sich sehr doll darüber aufregen kann. Och, was ist denn das? Eine Münze auf dem... Das ist so lächerlich. Wie sieht das Ganze denn in Mario Strikers Battle League Football aus? Dark T und ich haben ein wenig online gespielt und haben den ein oder anderen Spieler ziemlich auf die Palme gebracht. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Video und nicht vergessen, ich bin noch regelmäßig live auf Twitch. Schaut gerne vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, Video ab. Egal, aber easy. Bist du einfach ersthaft da gerade einfach stehen geblieben? Ja. Du bist ja gerade stehen geblieben, ne? Alter, wie heftig ist das denn? Er hat schon wieder geraged. Alter, wie viele Ragequitter wir haben. Geht's mir! Ich dachte schon, der war eigentlich schon längst drin, hast du's gesehen? Didi-din. 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 Ja. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Wir haben schon wieder Ragequitter. Alter, die tun mir ja fast schon leid, die Gegner, ne? Das ist nicht gerade. Der geht auch raus jetzt. Oh yeah. Das ist mit Sicherheit. Ja, er bleibt nur noch stehen, er macht nichts mehr. Der muss nur seinen kleinen Bruder erstmal wieder zurück, wo du rumläufst. Oh! 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 Oh, oh! 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 Oh, oh! 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 So, willst du es versuchen rein zu schieren? Bowser und Bowser schieren sich an. Gib mal her den Eumel, schnell. Okay, ach man. Ich wollte eigentlich gerade mit dem super Ding kurz vor dem Torwart und dann wollte ich den Dings aufladen. Zack, 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 zack. Ja, aufhalten, aufhalten. Easy. Hast du gesehen, wie ich dich gerade aufgehalten habe? Nice. Du hast ihn so sehr aufgehalten, dass er sogar geleckt hat. Die Ecke ist mir jetzt wieder rausgegangen. 6-0, easy, 12 Sekunden noch. Meine verehrten Damen und Herren, schon wieder haben wir einen Rage Grid. Das Spiel macht ja so viel Laune, die haben gar keinen Bock mehr. Die schmeißen das Spiel gleich in die Ecke und sagen, scheiß Spiel, erstmal wieder verkaufen auf Ebay für 5 Euro. Leck ihn. Ich bin gerade in seinen Schuss einfach reingelaufen. Ja, das ist das Beste, was du machen kannst. Äh, doll. Meine verehrten Damen und Herren, und sowas nennt man Rage Grid in Mario Strikers Battle League Football. Nice. Ja, rein, na also, geht doch. Der Galaxy Cup ist bescheuert und lucky online. Wenn der Torwart von sich selbst nur besser wäre, dann wäre es das Ganze nicht so schwer. Warum hast du die stehen geblieben? Die Rage Critted, Fragezeichen. Meine verehrten Damen und Herren, haben wir einen weiteren... Ne, haben wir, oder? Das war einfach nur ein heftiger Leck. Oder auch nicht. Schon wieder. Er hat... Er ist schon wieder ein Rage Grid. Alter, was ist das denn? Ey, wo hat diese... Oh Mann, ey, die haben wir eine Camping. Wir sind bald und jetzt seitdem wir 15 Jahre alt. Steady, kommin' up in what they like to call the OC. Cruisin' in a Chevy every weekend to a newbie. Schroeder in the back, playin' music was a routine. Parties on the weekends at the house that everyone knows. Parents never hold, so that's the spot where everyone... Bye, bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.